ich denke die abkürzung die wir aufgemacht haben ist hierhin ja genau da ist und ich bin mir absolut sicher 100 prozentig absolut sicher dass der gut victor nicht der letzte boss des spiels das wäre einfach dumm es wäre dumm irgend so ein random muskelprotz als allerletzten boss und es ist noch so viel ungeklärt so viel was wir noch nicht wissen was gerade abgeht ja der nimmt 400 schaden bei einer attacke der hat einfach sehr sehr viele lebenspunkte die abwehr ist jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich krass bei dem der heilt halt echt schnell ich glaube das ist so das größere problem der heilt verdammt schnell von der warte her wenn die heilung extrem schnell ist sollten kritische treffer noch mal doppelt extra gut gegen den sein weil die hinterlassen ja nichts was er heilen könnte er hat schon ein paar lustige moves drauf ganz ehrlich das ist bisher der langweiligste boss und den ich im spiel gesehen habe soll nicht heißen dass er einfach wäre definitiv nicht das ist jetzt nicht übermäßig einfach aber irgendwie vom vom thema vom grundkonzept her und von allem finde ich den irgendwie lame vielleicht passiert noch was anders also mal gucken keine ahnung vielleicht verwandelt er sich ja noch in den frankenstein oder so und hat noch eine zweite phase und wird dann noch mal richtig krass ich habe halt das gefühl dass der bisher am meisten straight forward ist einfach nur moveset auswendig lernen und halt lange drauf hauen nach mist gerade da wo ich meine heilung bekommen habe ich muss auch ganz ehrlich sagen ich bin in versuchung hier wieder beschwörung zu nutzen jetzt nicht um zu gucken ob die beschwörung hilfe ist weil ich habe bei dem könig gemerkt ja beschwörung ist halt wirklich eine sehr sehr große hilfe sondern hauptsächlich er deswegen weil ich den boss kampf ziemlich lame finde jetzt wie gesagt nicht leben im sinne von leicht und ansonsten hätte ich ihn ja beim ersten mal besiegt sondern leben im sinne von es ist wenig abwechslungsreich es ist einfach viel zu lange eben mal dasselbe was zu machen muss und nichts besonderes was passiert ich meine klar ja er macht ein paar aber vielleicht vielleicht ändert sich dass er meine vermutung ist ja sowieso dass der nur eine phase hat und eventuell ist diese grundvermutung falsch das wäre das wäre schon ziemlich heftig dann wenn der mehrere phasen hat einfach weil der so dermaßen der viele lebenspunkte hat aber andererseits täts mich gar nicht so sehr wundern wenn man bedenkt wie wie linear der ist ich denke wenn man das moveset von dem richtig verinnerlicht hat dann kann man den legen ohne eins einziges mal getroffen zu werden und wenn das geht oder wenn das mehr oder weniger problemlos machbar ist dann spricht das für eine zweite phase was ich nicht hoffe weil die erste phase dauert so dermaßen lange okay komm ich bin ungefähr bei einem drittel im prinzip der einzige grund warum ich nicht jetzt schon bei dem versuch eine beschwörung genutzt habe ist weil ich das letzte mal beim letzten boss mich echt geärgert habe dass ich eine beschwörung genutzt habe weil ich halt null stolz darauf war dass ich den boss besiegt habe komplett null okay komm Der Wiedergeborene. Bist du wiedergeboren? Der droppt einfach mal so Lohre. Mitten im Kampf. Ach, komm schon. Vicky. Haltung. Jetzt. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ich hab doch gerade Haltung. Ich hab doch gerade Haltung. Aber es ist so unfair. Ich hatte gerade Haltung. Oh no. Okay. Und bitte sei jetzt nicht schneller. Bitte sei jetzt nicht schneller. Ich glaube er hat exakt dieselben Movesets. Ist aber deutlich schneller. Okay. Flup. Er hat bis jetzt noch keine Rotata... Warum kann ich nicht einmal meine Klappe halten? Komm, Haltung! Kommt mir das nur so vor oder ist... Oh no, ein Grab. Oder ist seine Abwehr runtergegangen? Ich glaube, seine Abwehr ist niedriger als vorher. Nein! Ah! Ich war in der Attacke drin. Das hätte ich ohne Probleme locker perfekt abgeblockt. Aber ich war in der Attacke drin, in der schweren Attacke. Okay, dadurch, dass ich jetzt quasi eine zweite Phase des Bosses gesehen habe, kann ich mehr oder weniger hundertprozentig sagen. Na, sagen wir mal nicht hundertprozentig, weil wer weiß schon, was passiert. Nur diejenigen, die es schon gespielt haben. Ich würde sagen, ich kann mit einer 99-prozentigen Gewissheit sagen, ich habe alles gesehen, was der Boss macht. Alles gesehen, was der Boss kann. Der hat dann nicht nochmal eine andere Phase. Ich würde sagen, der ist sehr gut schaffbar. Ich war in der Atacke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.